es ist so kalt warum hab ich habe gar kein leben guck mal nein ich hatte jetzt habe ich eingedrückt bei ihr grad zwei grad sein guck mal 37 hier drin ist das guck mal das feuer hat nur 37 grad echt schwaches feuer kann rennen ich bin schon mal ich kann ich kann so viel sagen ich bin ich bin ich bin echt toll sie ist tot und das sind wir auch weil wir haben glaubt ist die trottung manche nicht einfach hier keine klatschen ob er sagt kalt aber langsam wir können das einfach ins feuer gehen ich war die war mit stelle hier muckeligge 35 36 37 grad bei wärme warum wechsel ich die waffe eigentlich nicht die waffen können nicht beide gleich aussehen dass unsere retten bleiben sie in der nähe der feuer ich will nicht in der nähe der feuer alles klar alles klar ich bin empfindlich dass uns das sonst woanders lang ich kann rollen wir kommen räumig ich halte es nicht aus doch darunter warum haben wir uns festgehalten wenn wir dann doch runter springen macht das wäre wenn ich nicht hier gedrückt wird dann muss man es selbst in die hat nehmen daraus geht nicht wenn die jetzt einfach weg nein ich bin wie wieso wenn ich wegrenne sollten wir doch nicht folgen ab mit feuer ich gehe ans feuer du gehst ins feuer aber wie ist das denn da kann ich nachladen ich will nicht erfrieren ich bin kälter empfindlich da ziehen sie sich gleich meine nippel hart hier wir kommen näher niemand hätte das überleben können hören sie mir zu ich bin voll irritiert meine gradzahl piepen ist ja echt fresse ich muss nicht auch mit piepen komm her hier komm her hör was noch zu piepen kaputter wecker körpertemperatur stand da ehrlich da will ich nicht drauf von mir war hier wird der schnittig aber ich kann immer noch Nelly Nelly Fertado Feuer das ist was du kriegst nein 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 du bist echt mit was du so kuschelst Gott sei Dank Gott sei Dank ist da jemand gestorben zum Glück was treibst du denn da schon wieder hin oh ja das hast du ja natürlich toll hinbekommen das war ich nicht nein hier weißt du was komm ruhig her ey du hast kaputt Video Nachricht ab wir sind sowieso der Fakt ist so ein Schein das ist ein bisschen ja ich hinterlasse dir eine euch auf die Hilfe der Mann ist tot Ellie komm jetzt zwei nach jesus misch gleich also noch bin ich es aber guck mal siehst du sie interessiert mich nicht ob du noch lebst es ist halt nur Isaac sei er im Leben ob du lebst oder nicht ist doch Latte ich bin da nur mit Hängseln mit Läufer ja du wärst gar nicht da wenn ich alleine spielen würde ja guck mal hier ist Feuer oh fuck das ist natürlich nicht WUHU komm ich bin ich da ist noch nicht wie du warst wie in der wüste dieser strohball die die wüste rollen ja guck mal und keine energie verloren wir sind definitiv nicht allein hier unten wir sind so hart ach guck mal das ist die Tür zu was ist das Ein Ding könnte überall sein. Ein Ding könnte überall sein. Kommen Sie, wir können der Pipeline folgen. Der Pipeline. Wo laufen wir denn hin? Wo laufen wir denn hin? Was willst du da nicht hin? Flackern! Ich renne einfach vor. Ich renne einfach nach. Wir gucken, ah hier, guck mal, hat die Lichter angemacht. Laufen wir da lang. Oh, guck mal, da ist eine Leiter. Und da! Piuuuu! Was soll wir denn? Das macht Spaß. Die hätte man vielleicht gebrauchen können, aber... Mach, wie noch nicht. Und ich klette und... Hartner-Brockplatz. Er schnell flettern kann hier unten nicht. Los, mach ich den. Ja, ich renne schon. Hartner-Brockplatz, ich bin doch gar nicht an der Leiter. Ich bin hier. Oh mein Gott, ich werde 25 Grad. Du wirst 25 Grad. Geh doch mal weg. Wie soll ich denn die Tür öffnen, wenn wir davor sind? Oh, es ist kalt, es ist kalt. Schnell, kurbel die Kurbel. Kurbel die Kurbel die Kurbel. Ach, guck mal, wie es wirklich warm wird. Ach, mal Party machen wir hier. Frohe Weihnachten. Aber Weihnachten ist doch schon vorbei. Warte, wir müssen tanzen. Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, das ist gut. Ja, alles gut. Wir haben eine große Einrichtung vor. Oh, wer hört. An der Wand bleiben. Da sind wir alle in diesem Sturz gerade dort. Oh, oh. An der Wand bleiben. Hast du gehört? Alan, bist du das? Bist du in Reichweite? Ja, bin ich. Aber ich anfange dich. Oh. Diese dritte, zweite, ich mach doch nichts mehr. Ah, wir sollten mal weitergehen. Immer, immer. Lenkst du ab. Ja, oh, eine Bank. Oh, eine Bank. Soll ich das gesagt? Hab ich gesagt. Nein. Obwohl nicht wahr. Ist doch Platz für uns beide. Gar nicht. Zwei Sucher-Bots sind zurück. Sie haben Mist gefunden. Warum sind Maya nicht zurück? Du hast das gar nicht verdient. Mal gucken. Hab ich neue Sachen? Was bist du denn? Ein Bergbau-Tour, das Bolzen aus einer gehirten Legierung abfeuert. Was bist du? Das sieht echt strange aus. Und du bist... Was bist du? Was ist das? Ja, das ist irgendwie... Okay, sieht das auch nicht besser aus. Ja. Ja. Okay. Weitergehen. Direkt hier unter Strom. Ja. Was ist das hier? Super-Bot-Watt. Na, jetzt ist er da. Was war? Was haben wir denn da? Das nehme ich. Was auch immer das ist, ich möchte es. Eine Platine. Welche haben wir denn? Aber ich habe nur Schadensplatinen. Schaden. Feuerrat. Schaden. Wir haben ja schon keine Feuerraten. Oh, dann ist der Schaden voll. Was? Hast du nur einen oder zwei? Ich habe zwei Schaden. Wo haben wir den zweiten denn her? Oh, das ist aber strange. Oh, ich wollte ja nur einmal ein. Warte, hier ist irgendwo das Special Place. Irgendwo hier ist er jetzt besonders. Nein. Wo? Wo da drin? Ah, ein Fahrstuhl. Oh, da bist du. Was habe ich eigentlich gerade meine Waffe gebaut? Welche Waffe ist das denn da? Oh. Hey, ich kann dich treffen. Jetzt nicht mehr. So? Was? What the fuck? Sag mal, muss ich hier immer alle Fahrstühle anmachen? Ja, das ist hier der Held. Ah, stimmt. Der Held aktiviert den Fahrstuhl. Ja. Der Held weiß ja auch, was weitergeht. Oh, verdammt. Das ist ja nicht mehr. Du, 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 du. Warum hast du eigentlich keinen Helm auf? Warum hast du einen Helm auf? Warum hast du einen Helm auf? Hey, wir haben vergessen, warum hier so viel Stroh rumliegt. Aber ehrlich, warum hast du keinen Helm auf? Warum habe ich? Ich glaube, der hat gar keine Angst zu unterkühlen. Na so, ne dann. Ich kann hier nicht hinlegen. Ah, doch jetzt. Wo müssen wir eigentlich hin? Wo lang? Wo bist du hin? Nee, ist kalt. Ist so kalt. Ist so kalt. Ist so kalt. Reck ist jetzt nicht einsch... Wo muss ich denn hin? So, wir müssen nach da unten. Oh. Jetzt komme ich nicht hin. Oh, wieder lang. Los, 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 los. Jetzt. Gut, da geht's nicht mehr lang. Da auch nicht. Oh, jetzt geht's ja wieder lang. Cool. Ich will nicht mehr. Gut, dann geh nach unten. Verdammt, Clark. Alles in Ordnung. Ja, ich glaube schon. Hier knuspert der Boden. Knusper, knusper. Das Ding hat's auf uns abgesehen. Wir können nicht viel länger draußen bleiben. Was? Wir müssen weiter der Pfeil halten. BAM! Oh. Wie schrecklich. Der sollte auch nicht hinter mir auftauchen. Was ist das für eine Waffe, die ich da dran gebaut hab? Ja. Da fetzt die voll. Alter, schön. Hier ist kalt. Au. Der mag mich nicht. Ja, in den Anus. Ah, super. Der steht nochmal auf. Protect your Anus. Warum ist mir kalt? Na gut, das ist eine dumme Frage. Warum ist mir kalt? Warum ist mir kalt? Warum ist mir kalt? Da hab ich dir einfach die Beine weggeschraubt. Was hast du denn? BAM! Hier geht's ja wirklich rein. BIP 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 BIP! DIP NIP 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 NIP! Da, DREHEN! DREHEN, ich seh's nicht. Aber ich kann trotzdem... Muckelech, ja... Lasst eure Ration starten nach jeder Mahlzeit abstempeln. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand hungert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Oh, was zum Aufwärmen? Ein bisschen chilligen Jazz oder so? Hier ist die Aloha-Station. Ach so, aber das war das, was du gerade aktiviert hast. Oder dass ich beim Reinkommen aktiviert habe. Wir wollen doch nicht, dass da draußen jemand rummert. Und jetzt etwas zum Aufwärmen. Ja, so ohne Essen und sowas ist das sowieso immer ganz okay. Besser als draußen, dass es da fett zu werden. Wollen wir jetzt rein oder nicht? Du wolltest ja hier bleiben, wa? Ja, ich will hier bleiben. Du willst raus? Na gut, wir können auch da raus. Nein, 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 nein. Ja, was denn nun? Welche Waffe ist denn jetzt? Weißt du was? Du willst hier bleiben? Ja. Ja gut, dann gehe ich alleine. Ach, wenn ich etwas finde, komme ich zurück. Ja, was denn? Das da zum Beispiel. Eieieiei, und es steht noch. Ich will aber nicht. Ich ist voll zu flogen. Oh, das macht Spaß. Was? Witzel, Gaudi! Bleib auf Leben, du! Schlawiner! Du, Rippel, du! Oh, wir sind so kalt. Agein! 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 I can't see anything! Eieieie! Agein! Hey, there is something toot! Agein! 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 Ein Elendorf Schest! Hey! I think we should stop with you! Agein! EEEE! EEEV! Agein! das erwarten kommt mal zu mir irgendwas i have found something vorwärts ihr könnt mich nicht einschüchtert ihr könnt mich nicht einschüchtert ich werde euch alle der gewaltige so sieht es mal aus hier nicht so an der ist recht hier doch mal ich glaube hier war nur dieses teil was ich eben gesammelt habe für eine waffe ich hoffe dass auch stark denn ich kann das was ich an meiner waffe gemacht habe nicht modifizieren denn irgendwie ist die schwäche als davor gegen das glaube ich aber aber ich kann nicht stehen bleiben die kurs auf mir ist kalt auf lauf lauf komm einfach hierher kommt hier ist hier ist vielleicht war vielleicht ich werde gescannt hör auf mich zu kennen und macht wärme ernsthaft dann gibt uns ein sicherheitshinweis aber wir dürfen da nicht rein ja immerhin war es hier waren wir kommen wieder wenn wir uns daran erinnern wo das hier war wahrscheinlich deswegen gucken was dafür wind raus hier kannst du noch mal rennen da ist der wind weg ich war eigentlich lang nach schräg da unten auf geht's ich glaube wir sind hier irgendwie das werde ich nie sagen denn ich gehe nie falsch ja aber ehrlich ich habe muni gefunden mehr war hier nicht ja leidest du mich jetzt mal richtig jetzt muss ich auf einmal darunter hier knuspert der boden er kommt angeraten warum ich bei dem game warum hier gegner rumrennen das ist echt strange sind wir die kümmern sind so krass verlaufen haben ja ich habe fast ja ich habe ja das ist ganz gut wissen wir jetzt ja das warum sind wir hier durchgegangen wenn wir da gar nicht durch müssen das haben wir schon mal gehört was ist denn ich brauche eine karte aber hier ist eine leiter du bleibst unten und lässt sich von allem töten was du findest und ich gehe hoch ich habe erwähnt dass du sterben sollst diesbezüglich bin ich mir doch relativ sicher ja jetzt bin ich hier oben und ich finde es hast du da oben was ihr von das ist mir da nicht rein nehmen das wieso bewegt sich mein ziel mein ziel ist unten irgendwo und da hier gibt es gar kein und kalt ist auch i don't get it i don't get it let's twist again so wenn ich von hier kommt ist feuer irgendwie spinnt mein navi weil alles zeigte in die selbe richtung ja das habe ich auch deswegen nicht etwas jetzt sind wir hier hier waren wir an hier sammeln magazin und ein dildo aber irgendwie haben wir hier auch nichts von weil ich hier ist außer dieser waffen verbesserung aber hier ist doch so eine fakt sind hier eine ich muss immer nach schräg unten das kann nicht wahr sein ich würde sagen adac anruf wir haben eine panne nein nein adac unser raumschiff steckt im schnee fest wer hat sie kleid raumschiff panne das kann ja nicht wahr sein haben wir oben vielleicht was vergessen such doch mal guck doch mal mein surabot ist wieder da guck mal hier noch mal die leite hoch ich guck mal hier noch mal da waren wir gerade oben da war nix ja das weiß ich du wolltest doch hoch guck mal hier gibt es hier ist noch was da waren wir gerade nein ja ja ich gehe raus wenn ich diese stimme schon höre weiß ich dass ich hier falsch bin aber hier ist doch sonst nix was hat das da kommen wir nicht hin hä wie spinnt hier was hast du vielleicht kannst du das öffnen hier ein hier habe ich schon gemacht ja wir sind zum tode verdammt ja was auch sterben ich bin riesig